Ich zähle 35 Köpfe und 98 Beine. Es sind zwei Tierarten, ich habe Hasen und Hühner. Hasen haben bekam sich vier Beine, Hühner zwei. Total sind es 35 Tiere. Wenn ich x Hasen habe, habe ich also 35 minus x Hühner. Ich mache jetzt eine Gleichung für die Beine. Pro Hase habe ich vier Beine, 4x, plus zweimal die Anzahl Hühner, 35 minus x. Wichtig ist die Klammer, gleich 98. Ich multipliziere aus, zweimal 35, zweimal minus x, vorne 4x. 4x minus 2x gibt 2x, plus 70, gleich 98. Ich subtrahiere 70. 2x gibt 28, x ist 14. Ich habe also 14 Hasen und 21 Hühner.